folge weil wir haben wir haben ja keine musik am stiesel golden apple golden apple kommt natürlich zur nahrung zum essen rein so ein golden apple jetzt haben wir hier die tools die toolkiste da können wir mal ruhig die ganzen sachen hier rein machen vier eimer name tag rüstung hier redstone ist noch nicht spitzhacke das haben wir hier holz türen waffen schwert pfeiler schwarzpulver zielt schwarzen hier schwarzpulver nicht gantt gantt powder und powder bei den rohstoffen hat das eisen jetzt schon irgendwie ja völlig geschmolzen aber wie viel eisen wir auch wieder haben so sonstiges zeug kommt dass das dass das bei knochen weiß ich nicht knochen tun wir auch mal rein na gleich die knochen lassen wir draußen ist eine redstone abteilung wir müssen doch eigentlich eine redstone abteilung haben schauen wir nicht dann kommen wir jetzt erst mal hier in drei brote essen wir jetzt die fackel kommt zu sonstiges die fackeln meine ich und dieses die diamanten kommen natürlich hier so was ich natürlich jetzt erst mal mache ist bei den hülern erst mal abchecken hier schön zwei babyhühnchen ja wolltest du raus ne der wird gegrillt du kleines na lauf nicht weg danke schon wieder essen lecker 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 das zucker rolle ist mir lehre da die feder auch so jetzt natürlich zwölf stück da kommen jetzt hier noch mal so ein bisschen gucken wer hier braucht hier hinten und hier haben wir sonst alles krass haben tatsächlich sonst alles können wir den rest des bohnen mehls ich weiß ja nicht ne können wir ja so bitte aber so einen kleinen garten hier boah sind die süß ich ernte jetzt das getreide so dann pflanzen wir die samen wieder ein und den rest gehen wir den hühnern weil die müssen ja auch groß und stark werden wir müssen hier eine richtige hühner zucht betreiben und da muss er hier noch muss ja hier ordentlich was zustande kommen hier so wir bräuchten wir bräuchten eigentlich mal karotten oder sowas na ja ich hab nichts jetzt habe ich war es kommt her hey komm es sind die sind so uninteressiert so weißt du könnt ihr mal du und du macht kinder du bekommst du bekommst da was du bekommst da was du bekommst da jetzt hier was du mir nicht unter dem zorn wieder durchgelitscht und du bekommst da auch was und den rest bekommst du so mal sehen wenn man die wachsen nämlich dann haben wir schon eine kleine hühner farm hier zustande gebracht das ist doch schön oder so und ich würde einfach mal sagen das hühnchen hier beraten wir das heu machen wir zu brot tun es zum essen rein dieses heu kommt jetzt da oben rein samen und weizen erder stein mensch jetzt müssen wir mal gucken ach so ich wollte ja ein diamanten ist der wird ich mache da ein paar mehrere von wird überall ein paar welche stehen haben und zwar mache ich da jetzt einen paar platten spieler ein paar platten spieler so 123 klack 3 jukeboxen und eine kurze hinterher machen so das kommt zu holz das kommt hierhin können wir mal die jukebox können wir eine hier mal sagen ganz schlicht hierhin stellen damit wir überall ein kompon bei hier sind wir ja und ins wohnzimmer kommt natürlich auch eine und 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 hier oben können wir auch eine hinstellen eine hinstellen ein aber nur nur eine und wo noch im lager aus natürlich auch nach für verstärkung hier können wir eine auch hierhin stellen hierhin fliegen so was haben wir denn alles so bekommen haben wir da ja mit schwarzpulver drin das geht aber hier nicht muss doch hier alles sortiert sein ob ich jetzt die cds sind getan zu den rohstoffen nicht zum zuckerrohr auch nicht wo habe ich jetzt so ja stimmt nein hier habe ich nur red song getan wo zum teufel habe ich die cds sind getan hierhin zu tools ach ja stimmt mensch warum mir das wieder nicht einfällt haben wir so ein bisschen musik jetzt ne so okay mhm hunger haben wir nicht wir könnten aber ruhig mal wieder hier zu den tools greifen und ich weiß nicht ob wir das so offen halten sollen ganz ehrlich hier kommen natürlich auch creeper und skelette hoch sand ist natürlich auch schön hier alles zu machen aber wenn da keine andere war so wir brauchen granit stimmt und da unten ist ja granit mensch weißt du was dann rüsten wir uns nochmal kurz aus die rüstung haben wir waffen brauchen wir natürlich hier so einige können wir ruhig das holzschwert nehmen das muss ja auch irgendwann weg so was nehmen wir noch mit axt brauchen wir nicht Spitzhacke mehr nicht also oder essen so 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 ein drei brote nehme ich mit da bin ich mal so ein bisschen sparsam wisst ihr so ein bisschen so okay holen wir mal das granit aus der erde das mit den dungeon oh mensch hier weißt du wie viel glück wir haben weißt du das hier spawnt jetzt hoffentlich auch nicht mehr allzu viel hier ist der zweite spawner hier hier lief wasser rein okay das ist in ordnung nicht dass da irgendwie noch ein spawner hintereinander oder so ist aber schön dass jetzt äh dungeons spawnen hier iform hier hier also hier 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 ach du scheiße ach das kenne ich doch da hinten ist aber auch noch mehr granit auch schön hier ist man das kann raus dann woanders so ok eine tolle cd die ich da eingelegt habe vorhin da kommt er so gut wie gar nichts raus ok gucken wie viel granit wir haben ein stack 16 stück sieht ja okay aus zwar nicht so ganz schön aber ok wir bohren uns noch mal hier in die wand rein ist nix haben wir glück und wir haben noch ein dungeon irgendwo in der nähe ich weiß es nicht tatsächlich habe ich das gefühl dass hier noch irgend so einer ist irgendwie das gefühl es kann mich aber auch ich kann mich aber auch nur täuschen ich kann mich natürlich auch nur täuschen so diorita brauchen wir nicht unbedingt dass da hier wo wir essen hier alles einmal weg hier ich räume hier alles ab alles ab ja ich so gut bin ja gleich bei dir hier ist polierter Diorit sag mal wieso ach hier war ich dann da wohl einmal ein Skelett das uns nicht sieht hallo super erledigt so dann hoffentlich reicht das hier mal ein bisschen mit Granit natürlich wird es nicht reichen aber ich werde jetzt einmal kurz eine Aufnahmepause machen weil wir sehen uns dann gleich wieder in einer neuen Aufnahme in einer neuen Folge erstens und zweitens ich muss diese Musik wieder zum Laufen bringen die ist jetzt irgendwie hat jetzt wieder ausgesetzt und ich hoffe dass die Folgen alle noch okay sind dass da jetzt sich keine Folge zerschossen hat man weiß ja nie man weiß ja nie so dann gehe ich am besten jetzt mal nach oben durch die Tropfstein durch den Tropfstein Tunnel die drei Brote kann er ruhig essen so dann mache ich hier einmal kurz einen Cut und dann warte mal ich mache nochmal das hier das hier kommt zu Essen dann ich will hier wieder alles einsortieren und das hier poliere ich nochmal kurz dann sehen wir uns gleich wieder vielen Dank fürs Zuschauen wir sehen uns in der nächsten Folge wieder macht's gut ciao 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 ciao